Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 23. September 2022. Heute mit der 12.54 Uhr. Und ja, der eine oder die andere hat es vielleicht bemerkt, das ist die zweite Episode heute. Wieso am Freitag, ganz einfach, der Mike war Frustshoppen. Grüezi Mike. Ja, hallo Martin, irgendwie habe ich so ein Déjà-vu, das ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns gehört haben. Das ist so, du sprichst die Geek Talk News Episode an, die wir drüben im Mutterformat 3622 gemacht haben. Genau, Link wie immer in den Shownotes für all diejenigen eben, die noch nicht so viel hier reingehört haben. Wir haben es zwischendurch mal gemacht, dass wenn irgendwas Neues ist, dass der Mike auch mal vor das Mikrofon gehüpft ist. So zum Beispiel beim Apple-Event, wo wir ganz geflasht waren von der dynamischen Insel. Und jetzt, Mike, was hast du getan? Ach, ich habe es einfach wieder getan. Irgendwie war ich ja lange Zeit hart und habe gesagt, ja, ja, die Ultra und so, das kommt alles schön und gut, aber ich brauche eigentlich nicht. Wie das immer so ist. Ja, ich habe es dann heute irgendwie so doch gemacht, so ein bisschen gehypt durch die Twitter-Blase, habe ich mich darauf eingelassen, die Ultra zu kaufen. Diese bösen Blasen immer. Genau, du hast ja in der Folge schon angesprochen, damals in der News-Episode. Dich hat das neue Format, also die neue Uhr quasi eben, das ist ja wirklich eine neue Uhr. Es ist nicht einfach eine neue Generation, sondern eine ganz neue Uhr für Apple. Und die hast du dir gekauft. Und du hast natürlich jetzt schon ganz viel Akkutests gemacht. Du hast stundenweise, also was sage ich hier, wochenweise an Sport damit getrieben. Nun, nee, heute geht es einfach nur ans Erste. Look and Feel, du hast sie ausgepackt. Erzähl mal ein bisschen. Ja genau, du hattest es ja eigentlich schon gesagt. Ich habe ja schon vor Wochen gesagt, dass mich eigentlich nur das neue Design reizt, Funktionalität, alles schön und gut, aber das hätte mich nicht alleine überzeugt. Ja, und heute war es dann soweit. Ich hatte Glück, dass ich einen im Laden bekommen habe im Store. und es ist echt angenehm zu tragen, aber es ist halt schon doch… Noch nicht soweit, Mike. Das Paket, was ist da? Gibt es da Neuigkeiten? Ja, das Paket. Ja, Look and Feel. Ich meine, wenn du… Look and Feel ist auch die Uhr. Das Paket, das reiße ich auf. Es ist wie zu Weihnachten, da reiße ich auch die Geschenke auf. Ach, Mike, du bist kein guter Unboxing-Mensch. Das stimmt, das wäre ich nicht. Ich bin viel zu ungeduldig für… Nein, ich habe ja auch ein paar Fotos, guck mal, so ist es nicht. Okay, fangen wir bei der Verpackung an. Die ist natürlich vom Format her anders. Ich habe auch noch das von der Siebener hier. Im Prinzip ist es doppelt so groß, wie kann man das sagen? Wenn man so zwei von den Siebenern nebeneinander packen würde… Doppelt so breit in dem Fall. Doppelt so breit, genau. So kann man sich das vorstellen und ja, es ist ein schönes Auspacken. Ich hatte ja auch Fotos geschickt, gerade ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Ich habe ja das Ocean-Armband. Wenn man das so aufmacht, entfaltet sich so ein Bild mit dem Ozean und Wellen und so. Der Mike möchte gleich zurück nach Ägypten in die Ferien, um zu tauchen, nehme ich an. Ja, genau, da kriegt man total viel Lust da drauf. Der ist eigentlich ganz nett eingepackt, der Geruch ist aber gleich, wie bei jedem Produkt, wollte ich schon gerade sagen. Aber er ist wie ein Apple-Produkt. Ich meine, Apple-Produkte riechen. Das kann einer, der noch nie eins ausgepackt hat, nicht verstehen. Das muss man mal tun. Ja, genau. Aber du bist mir schon viel zu weit gegangen, Mike. Wenn ich mir die Verpackung von aussen anschaue, ich meine, früher hatten wir für die Apple Watch Kunststoffbehälter. Dann irgendwann kamen eben für unterschiedlich grosse, breite, längliche, schwarze, weisse Watch-Case, also Papierdinger, die man auffalten konnte. Aber das Papier schaut irgendwie anders aus, der Karton. Genau, Karton, sagst du das richtig. Das ist also eher so ein Kartonmaterial, etwas, ich weiß nicht, wie man die Oberfläche nennen soll, aber nicht so glatt, wie es bei der Apple Watch 7 zum Beispiel war. Genau, die war ja ganz, ganz glatt. Ja, das ist jetzt nicht so der Fall. Das ist, wie gesagt, so ein bisschen kartonmäßig. Schön. Also fühlt sich auch gut an. Ja, Apple-Fanboys halt jetzt gerade. Ich könnte jetzt sagen, okay, mir ist das jetzt nicht so wichtig, aber ich glaube, dass die Verpackung auch irgendwas mit Umwelt und so zu tun hat, bestimmt, und ist umweltfreundlicher. Das ist ja schön. Genau, aber jetzt, du hast gesagt, eben ausgepackt, dann kommen die Wellen auf dich zu und dann ist ein Band und die Uhr separat verpackt. Genau, das ist weiterhin separat verpackt. Das Band ist eigentlich genauso groß von der Fläche her, also die Verpackung von einem Band. Und ein Ocean-Armband muss man auch noch ein bisschen zusammenbauen. Da ist so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, wo die Schlaufe nachher reinkommt, so ein Ring. Genau, das kann man dann eben individuell einstellen für sich, wie man es braucht. Eigentlich ganz nett gemacht. Wie fühlt sich das Armband an? Kunststoff oder was ist es? Silikon? Ja, so silikonmäßig. Ich hätte es mir schlechter, also schlimmer vorgestellt. Ich dachte, das wäre ein bisschen, weiß nicht, das würde mehr stören. Das würde, ich dachte also erst, naja, ich weiß nicht, Ocean-Armband, ob man das richtig nehmen kann zum Tauchen, ja super. Aber da habe ich auch Neopren drunter. Aber so für den normalen Alltag könnte es vielleicht ein bisschen zu grobig sein, ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Aber es ist eigentlich ganz gut und angenehm. Und dann die Uhr, das Herzstück. Das ist jetzt schon groß. Genau, wie ich gerade schon auch geschrieben und gesagt habe, also es ist nichts für Anzugsträger. Das habe ich ja eigentlich immer früher bei der Apple oder vorher bei der Apple Watch geliebt. Man konnte auch mal langärmeliges Hemd anziehen und es hat nicht gestört. Was früher so bei den Garmin-Uhren, also die ich hatte, war das schon nervig, wenn man da ein langes Hemd anziehen musste. Dann, es hat einfach nur gestört und war nervig und dann ist die Ärmel drüber gegangen und nicht wieder zurück. Und das war bei der Apple Watch ja vorher immer besser. Jetzt bin ich wieder back zu diesem Problem. Es ist halt wieder ein bisschen höher und würde wahrscheinlich stören. Ich kenne das, egal welche, ob ich ein Huawei oder eine Samsung-Uhr, was auch immer, ich da im Test hatte. Mit Langärmel, also egal ob Pulli oder Hemd, ging nichts, weil es blieb immer hängen. Das ist so cool an der Apple Watch, es rutscht einfach drüber. Das kann ich mir hier vorstellen, dass es nicht funktioniert. Aber ich meine, sorry, zu einem Anzug trägst du auch keine Sportuhr, oder? Also ich würde schon, aber gut, okay, sagen wir es anders. Wenn ich täglich einen Anzug tragen müsste, dann würde ich das auch nicht machen. Da würde ich natürlich auch etwas Elegantes anziehen. Da wäre ich wahrscheinlich dann auch eher bei der 7er geblieben oder hätte dann das Fortgefühl mit der 8. Aber beim nicht täglichen Tragen ist es okay. Also wenn ich das einmal im Monat oder so, würde mich das nicht stören. Wie dreht sich die Krone? Digital Crown. Ungewohnt, weil die ja jetzt so geschützt sitzt. Ist ja nicht mehr so frei zugänglich und sticht ja nicht mehr so hervor wie bei der 7er oder 8er. Die ist ja in so einem, der ist ja so umrahmt. Wo ja auch der zweite Button-Dach drin steckt, unten dran. Genau. Das ist halt anders, das ist ungewohnt. Man kann halt nicht so von oben drehen. Nur seitlich, oben und unten oder nur oben? Also wenn ich drauf gucke von oben, aber jetzt nicht von der Uhr gesehen her oben, da ist es halt geschützt. Also ich kann es wirklich nur, wenn ich das flach vor mir liegen habe, drehen. Aber sonst nicht mehr, ja von unten vielleicht auch. Das ist halt geschützt, das ist ungewohnt. Ja, das glaube ich. Das gibt eine gewisse Umstellung, kann ich mir vorstellen. Aber du wirst dir in Zukunft auch bei ganz extremen Dingen anziehen wie, ja was, Extremgym oder was? Ich glaube nicht, dass ich jetzt deswegen in eine andere Sportart betreiben werde. Spannend wird es nochmal im Winter, wenn man vielleicht mal Handschuhe anhat. Das war ja dann teilweise schon nervig. Gut, dass sich das bedienen lässt. Ja, da wirst du uns dann sicherlich auf dem Laufenden halten. Wie ist es mit dem orangenen Button auf der linken Seite? Ja, schick. Mehr ist es noch nicht. Also es gibt noch nicht so viele Einstellmöglichkeiten. Das, was ich damit vorhabe, funktioniert erstmal so nicht. Also ich habe mir ja so gedacht, vielleicht so eine Aktivität starten und stoppen. Also pausieren und fortführen. Sowas wäre ganz interessant. Das gibt es so nicht. Vielleicht gibt es da einen Kurzbefehl für, weil Kurzbefehle kann ich auch da ansteuern. Genau, du kannst Kurzbefehle, auch recht komplexe kannst du hinterlegen und dann diese befeuern. Ich habe ja jetzt so in der Kürze der Zeit noch nicht eingefunden, der meine Aktivität gerade läuft, pausiert oder weitermacht. Du hast ja noch Zeit, wie gesagt. Das ist ja nur ein allererster Eindruck von der Uhr. Gibt es sonst noch irgendetwas? Ja, genau. Also Softwaretechnisch habe ich mich noch nicht mit befasst. Sonst, ich habe ja auch mir im Store noch das Alpine Armband angeguckt. Das ist das Orange? Zum Beispiel das Orange, ja. Das ist ja das, was fürs Klettern gedacht ist. Und hat mir das auch zeigen lassen, dass es wirklich dafür da ist, damit die Uhr wirklich nicht abgeht oder so oder nicht losgerissen wird, wenn man beim Wandern irgendwo sich fest einhakt. Und das Armband kann einfach sich nicht lösen, weil das so eingehakt ist am Armband selbst. Und da kann jetzt irgendwie nicht der Verschluss sich öffnen automatisch oder so. Ich habe mir das schlechter vorgestellt vom Material her, ist aber doch ganz angenehm. Das Einzige, wo man sich daran gewöhnen muss, dass es ein bisschen umständlicher ist beim Schliessen und beim Öffnen, weil man das eben auf so einer Schlaufe so rein- und rausfummeln muss. Weil es ja natürlich halten muss. Ja, genau. Du sagst, wo hättest dir das schlechter oder anders vorgestellt. Wie fühlt es sich dann an? Das fühlt sich halt gut an. Also ich hatte von Podcaster-Kollegen, habe ich mich ein bisschen abschrecken lassen, dass es sich so nach Krepp anfühlt. Ach, Podcaster-Kollegen. Wo sind Sie, wenn es um Gefühle geht? Ja, keine Gefühle, Mensch. Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich angenehm. Hätte ich nicht gedacht. Das würde mich jetzt auch nicht abschrecken, das Armband zu kaufen. Wunderprächtig. Muss man aber jetzt mal gucken, was so die anderen, die das gekauft haben, was sie so sagen, ob das irgendwann mal nervig ist, dieses Auf- und Zumachen. Aber bei 36 Stunden Akkukapazität mindestens, muss man das ja auch nicht so häufig machen. So häufig wegmachen, ja. Passt. Ja, gibt es sonst noch irgendetwas, was du den Hörenden mitgeben möchtest? So vom eben allerersten Look & Feel. Ja, ich denke mal, viele lassen sich davon abschrecken, von der Größe und denken, boah, was ist denn das für ein Oschi? Das Display ist schon sehr, sehr gut und auch schön groß. Ich habe noch das Gefühl, dass noch nicht alles so optimal darauf abgestimmt ist. Ja, man muss aber sowas wollen, so eine Uhr. Das ist halt nicht was Flaches, Elegantes. Das ist halt eine Trekking-Sport-Uhr. Also es ist eine Sport-Uhr, es ist wie wenn du eine, was hast du vorher gesagt? Eine Garmin oder eine Sunto kaufst, die kaufst du auch, weil sie das können, was sie können und die sind deshalb auch gross, weil sie es können. Genau, es entscheiden sich ja auch bewusst Leute für so grosse Uhren, weil die mögen nicht so kleine Dinger, die mögen ja lieber was Großes am Armband oder an der Arm. Genau, wunderprächtig. Mike, ich bin gespannt, was du so in den nächsten Wochen, respektive Monaten, wenn es dann auch auf den Winter zugeht, zu berichten hast. Du wirst uns sicherlich unterhalten darüber, nehme ich an. Bis dahin habe ich auch vielleicht mal Sport damit gemacht. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auf die nächste News-Episode, wo du drüben im Mutterformat dann wieder dabei sein wirst und vielleicht auch schon ein bisschen mehr, was du sagen hast. Ja, so machen wir das. Vielen herzlichen Dank, dass du spontan dabei warst. Ja, gerne, immer wieder, weisst du doch. Das ist schön und euch, liebe Hörerinnen da draussen, ein schönes und erholsames Wochenende, wenn ihr da nicht arbeiten müsst. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.